So, am 1. August, Handschuhe umdrehen, werden wir jetzt Pseudo Sasa Japonica, 5 cm Perlit in 65 Liter Baudruck um 499, in allen Bauhäusern erhältlich. Nachdem ich den mit Erd-Humus-Perlit-Chemisch aufgefüllt habe, noch mit einer Schicht einer Grafiskompost. Eine Zündung zuführen, 2 cm reichen der Vollendgang, der ist sehr scharf. Und unser Pfeilbambus wird durchbrissen, nicht zu sorgen, explodieren. Wachstum. Ein Gratiskompost, äquivalent, zu pflanzt, hoher werde. 10 Liter, wohl für eine 4 Euro. Ein bisschen Plastik haben wir drinnen. Aber das macht nichts. Jetzt können wir rauswischen. Mikroplastik ist ja viel schlimmer. Und da braucht man sich ja feuchtigkeitsliebende Körnern, die keine Sorgen machen. So mit dieser Bambus dran. Da trinkt. Weitens überlegt ja. Der urbanische, orianische Fellbambus. Ein bisschen. So, wieder drüber. Das ganze Weltwerk rausparieren. Und vielleicht ist es auch noch schön im Winter. Und wenn wir schon einen Fell oder einen Bogen draus machen werden. Aus dem Pseudosaster Japonica. Zwischen Korea und Japan behämtet. Sehr schön. Aber erst nur ein Fuß. 2021.